Robotisierung als Lebensersatz. Machen wir mal dieses Audio. Robotisierung als Lebensersatz. Siri, Cortana, Newton, egal wie sie alle heißen, diese maschinisierten künstlichen Intelligenzen, die auf natürlich Algorithmen basieren und menschliches Leben nachahmen oder nachempfinden sogar oder eben vorspielen oder so tun, als seien sie Menschen oder seien sie menschlich kalkulierbar und all das. Also das ist ja etwas, was immer weiter voranschreitet, eine Robotisierung als Lebensersatz. Ganz konkret schon in japanischen Altenheimen, wo man entsprechend Roboter, Pflegeroboter einsetzt, die nicht nur körperliche Tätigkeiten ersetzen, also waschen zum Beispiel, Hygienearbeiten machen, sondern die eben auch emotionale, in Anführungszeichen emotionale Kompetenzen haben, die Sprachkompetenzen haben, also die durchaus dialogfähig sind. Und dialogfähig ist ja zum Beispiel auch eine Siri und all diese künstlichen Intelligenzen, die mit einem Menschen in Dialog gehen. Und das soll hier der Schwerpunkt sein, diese emotionale und kognitive Dialogfähigkeit und Fertigkeit, die eine künstliche Intelligenz zunehmend hat. Und ja, das ist interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Das heißt, wenn wir diesen Punkt sehen, du fährst im Auto, dieses Beispiel, und du gibst Sprachbefehle und du sagst so, ich möchte jetzt das und das haben, oder du sagst, zeige mir bitte den Weg dorthin, oder du hast eine Kamera dran und du bist im Berg, oder es ist eine ungewöhnliche Körperlage und du bringst deinen eigenen Sprachbefehl und sagst Kamera an oder mach mir ein Bild oder dies und jenes, dann ist das vielleicht noch ganz zweckmäßig zu sagen, ich steuere ein Gerät durch den Sprachbefehl oder ich sage zum Licht, bitte Licht, geh an, oder bitte Radio, geh an und so weiter. Aber unterhalten, ich möchte das nochmal betonen, darum geht es hier in diesem Artikel, unterhalten und diese vielfältige, subtile und natürlich nicht durchschaubare und hoffentlich niemals durchschaubare menschliche Kompetenz zu ersetzen durch eine künstliche Intelligenz, und damit eine Roboterisierung, sodass ich mich dann mit diesem Wesen unterhalte und mich das Wesen durchschaut oder scheinbar durchschaut, es sind ja in Wirklichkeit nur Algorithmen, also primitive Eins-und-Eins-Rechenreihe, mehr ist das ja nicht, also wir sind bei weitem noch nicht so weit, auch jetzt in der technischen Forschung, eine wirklich künstliche Intelligenz zu haben, sondern es ist letztendlich immer nur ein Zusammenzählen von Möglichkeiten, also ein Sammeln von Stoff, von Wissen, von möglichem Wissen, also ein Input von Informationen, nichts weiter als eine Informationstechnologie, die gerechnet wird und dann entsprechende Ergebnisse hat. Und das ist eben das Problematische. Das heißt, wenn Menschen dann nur noch eine Unterhaltung führen mit so einem Roboter, der natürlich ein anderes wichtiges menschliches Repertoire gar nicht besitzt, wie zum Beispiel Empathie, Mitgefühl, Liebe, Gefühle, überhaupt auch Emotionen. Und Emotionen sind noch längst nicht technisierbar, sie sind überhaupt nicht technisierbar. Und dazu soll eben dieser Artikel hier anstoßen, sich darüber Gedanken zu machen. Denn ich stelle immer wieder fest, wir werden praktisch schon nicht überflutet, aber es beginnt jetzt, eine Roboterisierung einzusetzen, die subtil industriell gemanagt wird und wo sich die Leute das dann eben auch kaufen entsprechend. Und jegliche menschliche Unterhaltung, wie wir sie beispielsweise in der Psychotherapie immer wieder kultivieren und anstreben und auch lehren, ist doch durch so eine Maschine nur bedingt ersetzbar. Also mit dieser künstlichen Stimme und so weiter. Denke mal an die Beispiele auch vorlesen lassen mit einem Roboter. Also die Sprecherstimmen zu ersetzen, das individuelle, persönliche, die Konnotation, die Betonung und all das. Also wenn du jetzt meinetwegen zehn verschiedene Personen den gleichen Text vorlesen lässt, mit einer sehr unterschiedlichen Dramaturgie, die diese Menschen haben, dann werden sehr unterschiedliche Ergebnisse beim Hörer, beim Zuhörer entstehen. Und wenn das ein Roboter macht, hat das eben auch ein entsprechendes Ergebnis. Also das ist schon vielleicht problematisch genug, dieser Ersatz der Menschlichkeit bei einer Vorlesestimme. Denke aktuelles Beispiel an die niedlichen Sony-Hündlein, diese Roboter von der japanischen Firma Sony produziert, die als süßer Ersatz gelten. Und wenn wir das ein bisschen kulturell verfolgen, dann können wir sagen, Comicfiguren gehen ja auch in diese Richtung. Das sind ja auch irgendwo Typologien, die nicht unbedingt menschlich sind, sondern das ist etwas Künstliches. Auch da haben wir das schon in der Kultur veranlagt, diese gewisse Künstlichkeit. Und das jetzt eben in einer Maschine, die ein Fell hat und die Laute von sich gibt und die natürlich in einen Dialog geht und sehr subtil sich bewegen kann und quasi dieses lebendige, diese lebendigen Hündlein nachahmt und vormacht, sodass natürlich derjenige, der auf so ein Hündchen trifft und ein Bedürfnis hat, entsprechend bedürftig ist, auch natürlich sofort darauf reagiert. Er wird entzückt sein in der Regel. Also der wird das nicht nehmen und kaputt machen und sagen, das ist ja etwas fürchterliches als Vieh. Wobei wir uns darüber im Klaren sind, dass es Kampfmaschinen gibt, dass es also Roboter gibt, die in Zukunft durch die Wälder latschen werden, egal in welchen Ländern. Gott behüte uns davor, kann ich nur sagen an der Stelle auch. Und die werden dann ihr Unwesen treiben als Kampfmaschinen. Das ist jetzt aber auf dieser Ebene Sony-Hündlein nochmal was ganz anderes. Das ist ja was Süßes eigentlich auch. Das ist aber eben was Süßes, Verführerisches, was etwas vorspielt, was etwas nachahmt und vormacht, was es in Wirklichkeit nicht ist. Und genau das ist das zentrale Problem der zunehmenden Roboterisierung. Und zwar der Roboterisierung, ich meine jetzt keine Autoroboter, die jetzt Autos bauen und schwierige oder einseitige monotone Handgriffe abnehmen, sondern Roboter, die tatsächlich Menschlichkeit vorgaukeln und versuchen, Menschlichkeit nachzuahmen und zu produzieren. Und das ist natürlich dann problematisch. Das heißt, dieser alte Mensch oder das Kind oder der Mann, der jetzt eine weibliche Sexpuppe hat, die sehr subtil ist, kann man alles kaufen schon, ist alles möglich. Also das ist nicht irgendwie eine Sache, die jetzt Science Fiction ist, sondern das ist eine Realität. Der wird sich natürlich, weil es viel bequemer ist, nur auf die Sexpuppe einlassen und die Sexpuppe bedienen oder eben das Hündchen oder welche emotionalen Roboterisierung auch es immer noch geben mag. Das ist das zentrale Problem. Wir wollen gar nicht davon sprechen, wie kommerzialisierbar das ist, wie ein Mensch dadurch steuerbar wird, wie er manipulierbar wird, wie er davon abhängig wird und was man da alles verkaufen kann. Es ist ein riesiger Markt, der sich da ergibt. Alleine schon bei dem Beispiel Sexpuppen, weil Sex ist überall und ständig und wir alle sind Sexwesen als Menschen und natürlich dafür eben noch offen und werden da in diese Dinge hineingehen. Also eigentlich ein isoliertes Leben als Garant für funktionierende Roboterisierung. Wir haben ja eine gewisse Isolation von Menschen. Wir sind zwar gut vernetzt, wir sind mit sozialen Netzwerken bestückt und all das. Wir kommunizieren, aber in der Regel kommunizieren wir doch oder kommunizieren Menschen sehr häufig nur virtuell. Also sehr indirekt und nicht direkt von Mensch zu Mensch. Und diese daraus resultierende Isolation führt natürlich auch zu dem Bedürfnis einer weiteren Roboterisierung, weil wir sehnen uns nach Menschlichem. Wir sehnen uns nach Emotionalem. Wir sehnen uns nach einem Gesprächspartner, nach Zuwendung. Wir wollen eben nicht nur etwas lesen oder etwas hören oder nur Filme sehen und den ganzen Tag vorm Fernseher schauen, sondern wir möchten tatsächlich in Kommunikation, in Dialog mit einem Wesen, das uns ähnelt, treten, das uns versteht, das uns fühlt. Und dass es natürlich nur ein scheinbares Fühlen ist, in Wirklichkeit ein Algorithmus ist, also etwas, wie ich am Anfang sagte, zusammengerechnet ist, das realisieren dann viele Menschen nicht mehr. Das heißt also, das führt dann eventuell dazu, dass diese Menschen noch enttäuschter sind und noch weiter in die Isolation abgleiten und daraus resultierend, wie selbstverständlich weitere Vereinsamungen entstehen werden. Die Menschen sind also so deformiert und werden durch vielleicht solche Technologien noch weiter deformiert in ihrer Menschlichkeit und in ihrem menschlichen Begegnungspotenzial und natürlich in einer globalen Industrie zunehmend, durch eine globale Industrie zunehmend, abhängig und unterworfen. Und das führt eben nochmal zu ganz anderen Dimensionen als jetzt, was weiß ich, wenn man Bücher produziert oder sonstige Konsumartikel hat oder Kleider oder Kosmetiker und so weiter. Also eine ganz andere Dimension der technischen Entwicklung, als wir sie bisher hatten, darauf möchte ich hinweisen. Und hier einfach diese profane Frage, hast du in Wirklichkeit Lust, mit einem Computer in einen Dialog zu gehen? Also mir reicht manchmal schon das Navigationsgerät und ich schalte es ab und ich achte nur eben auf die visuellen Befehle, die da sind oder die visuellen Angaben, die da sind. Mich nervt diese Stimme, ist egal, ob sie männlich ist oder weiblich ist, die mich da ständig begleitet oder die mir ständig irgendwo reinquatscht. Oder im Verkehrspunkt ständig Achtung, Gefahr und all diese ständigen verbalen Dinge, denen man da ausgesetzt sind, das ist ja etwas Fürchterliches, nicht? Also da einen Dialogpartner zu haben oder einen scheinbaren Dialogpartner, der dir ständig reinfunkt, das überlastet mich. Also das schalte ich ab, das will ich nicht. Aber diesen Weg findet ja jeder selbst oder diese Erfahrung macht jeder selbst. Einen Ersatzpartner zu bekommen, um das hier nochmal zu sagen, ist ja das, was da geschieht, dieser Ersatzpartner. Es gibt keine menschliche Zuwendung mehr oder zu wenig oder zu unvollkommene, vor allem auch unvollkommene, weil welcher Partner reagiert schon vollkommen vorhersehbar und im Sinne meiner eigenen Absichten. Also ein Roboter erkennt natürlich sehr gut die eigenen Absichten, die ich habe, die Intentionen, die Bedürfnisse und der wird die bedienen. Der wird die immer weiter bedienen, sodass sie dann Menschen in der Wirklichkeit, also echte Menschen, immer weniger bedienen werden, weil sie sagen, so das werde ich nicht tun. Das heißt also, Menschen drohen dann, eventuell immer egozentrischer zu werden und immer mehr auf sich selber geworfen zu sein, ohne eine echte Begegnungskommunikation zu haben, die uns natürlich ganz wesentlich im Leben immer wieder weiterbringt und neu lernen lässt, neue Erfahrungen machen lässt und all das. Das heißt also, diese Ersatzpartnerschaft führt dann zu einer krassen Eindimensionalität. Also nicht mehr in der Lage sein, einigermaßen normale Bezüge zu Menschen zu gestalten, wäre dann das Weiterresultierende. Eigentlich ist es geschehen, weil die Menschen sich isoliert fühlen oder sagen wir es mal ganz ehrlich, weil die Industrie ein neues Produkt geschaffen hat und das verkaufen kann. Das ist also immer wieder auch etwas sehr Profanes. Und an der Stelle möchte ich es mir auch nicht verkneifen, durchaus mal auch, und das bringe ich selten so was, aber so ein Plädoyer für eine neue Maschinenstürmerei zu bringen, zu sagen, Leute, ignoriert das und macht das nicht oder informiert euch darüber sehr subtil. Das findet jeder seinen eigenen Weg, ist gar keine Frage. Aber ich habe hier ganz klar ein Plädoyer für eine neue Maschinenstürmerei, wo ich sage, das ignorieren wir, das machen wir nicht mit, das schaffen wir ab. Damit gehen wir nicht um. Also ich mache, wie gesagt, mein Navi in der Form so nicht mehr an, weil ich dieses ständige Labore nicht mehr abhaben kann. Und ich würde einen Teufel tun, mich an meinen Küchentisch oder an den Schreibtisch zu setzen und mit einer Cortana oder mit irgendeinem Wesen aus so einer Box, wie sie jetzt gerade auch innen sind, egal ob das Apple produziert oder Google oder wer auch immer, und damit in Dialog zu gehen und mir irgendwelche Aufgaben und Recherchen da machen zu lassen. Auch wenn ich natürlich weiß, das ist durchaus eine Kürzung in der Arbeit, da muss ich nicht mehr in der Bibliothek rumkramen, ich muss nicht mehr aufwendig eine Internetrecherche machen, sondern ich gebe einfach Worte ein und Fragen ein und darauf kommen Antworten und all das. Aber ich fühle mich da irgendwo sehr, sehr manipuliert und nicht mehr in der Eigenmächtigkeit, in der eigenen Kompetenz und damit eben auch in der eigenen Befriedigung meiner eigenen Tätigkeiten und Handlungen und mal ganz abgesehen vom menschlichen Dialog, der immer hoch und heilig ist. Also um es nochmal zu sagen, dieser Roboterpartner ist dann willfertig, willfähig, der ist vorhersehbar, er erkennt die eigentlich menschlichen und subtilen und vor allem impliziten oder unbewussten Attribute nicht. Und wenn wir uns daran immer weiter orientieren und immer einseitiger orientieren, werden wir immer mehr unsere menschlichen Attribute verlieren oder zumindest droht das daraus. Ich meine, Menschheit kann sich sehr anpassen und ist sehr subtil und vielfältig, aber das ist doch durchaus etwas, was zur möglichen einseitigen Entwicklung immer mehr beitragen kann. Und damit sind Menschen natürlich auch dann letztendlich global, massenhaft steuerbar und bleiben weiterhin in ihrer Isolation. Also gegen diese Art von Technisierung.